willkommen zurück so weiter geht's eines vorweg wenn ihr pvp steht es läuft gerade dieses mit jahrs geplänkel pvp schlachten mitmachen möchtet ne läuft gerade aktuell nur so zu sehen so osinium dahin muss man ja okay okay es habe ich glaube ich gar nicht gemacht kronensteine ist egal nicht doch es ist leer okay wenn wir schuldig sind kann man auch gleich beim stammmeister vorbei so wo ist so hier nicht da ist aber wenn wir nicht reiten egal mit dem geschminkt schon mal schneller so kommt ein bisschen näher porten ja hier geht schneller immer mal die ewig schabweiler wir besuchen bei erfahrung festung die ist dahinten ein bisschen höher okay da haben wir hier oben ich will es auch ja also für euch lief jetzt ja läuft noch diablo 4 server slam genau letzte beta formuliert ist auch in zwei wochen am 6 6 offiziell wenn ihr vorbestellt habt es welches paket habt schon am freitag sind zweiten sechsten könnte das schon spielen ich bin bei euch meine freundin so blöd ich dachte schon immer sehr blöd die fahrung festung wissen dass der archivarin ok das ist ich bin verkürzt die verbrauchen nicht mit nur kurz umstellen hier die quest für lange durchsuchen muss die rettung eines häuptlings das wollen wir machen du bist du bist doch nicht ist sie nicht verstehe ich jetzt nicht ganz und ja immer noch mehr feile und ich sehe das zugestoßen sie befreien müssen sie auch immer weil ich sehe jetzt keine anderen feile hier machte es noch nie da ist noch einer vielleicht um den feilen folgen macht das okay da ist wieder einer das ist ein ober das ist ein pfeil hier rauf okay weil wir klasse nicht oben drauf kommt doch geht sehr schön da ist wieder ein feil genau denken sich ein komische quest aber immer noch mal was neu ist immer was neu ist muss ich nicht immer sofort so eindeutig sein da ist da und da okay wollen meine feilen ich bin gut mir danke ich weiß ich wusste ja ja kommt gut ja 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 verborgene gefängnis habe ich aber jetzt zwei feile wütend kultisten so tschüss kommt vollum soll oben hat gesagt was gut er geht nach falsch ergeben ich bin jetzt gefängnis es ist es ist unter uns das gefängnis ist unterirdisch der brunnen führt geradewegs hinein aber er ist recht tief ich würde nicht empfehlen einfach danke wir sind ja wir sind ja gut zu schluss nie einfach hinunter sowas mache ich nicht so ebel die doch einfach einen kleinen popseller hoch also wirklich manchmal sehe ich mich ein bisschen blöd aber manchmal okay komm ich jetzt hoch wahrscheinlich hier lang so weiter geht's jetzt nicht jeden einzelnen krieger hier bekämpfen wir müssen viel da hast du durch die wollen was dann muss ich heute so sein wahrscheinlich hier lang hallo so nach der ebene garaus so und tschüss blut für die archivaren sammeln ach komm wir schon mal ein vielleicht finden wir schon mal was archivaren akku gibt mein blut immer noch was denn das ohne tücher ok schweinefleisch damit schweinefleisch schweinefleisch naja würde ich soweit immer mitnehmen ist nicht verkehrt so offensichtlich findet als ich noch klein war wollte ich mich in kalten nächten vor dem feuer der großen halle von castellnaviere zusammen dann saß ich da mit einem buch bis ich über den offenen seiten einschlief tja das waren noch einfachere zeiten was ja das geht man doch noch hat sich schon mal gesagt gebürzt sagt selten mitnehmen kann man immer wieder gebrauchen so ist nichts mehr die noch mehr mitnehmen der kleine lohnung ist ein fester und säckung zu suchen aber man muss nicht alles untersuchen kann natürlich machen klar wenn er wollte gemacht hat wir haben nur noch genug zu essen nein hier da und da und dann an 19 unten welcher spaß täter genau das ist gar nichts ok eblich schafe die muss man noch finden hier oben irgendwo blut kommen nebenbei machen wo ist die denn dahinter glaube ich ne müsste sehr wohl sein na wo ist sie denn da ist sie doch eblich ganz schlechte namen etwas über das gefängnis erfahren ja unterirdisch für einen weg im brunnen unter ja noch höher aber das gefängnis soll unten sein warum soll man nach oben gehen ah ok ein seil oh wieder zurück hi eblich da bin ich wieder ich bin froh dass ich wusste das kommt zum brunnen geht da lang ja ich mag immer vor natürlich wieder höher man muss erst mal oben gehen um nach unten gehen zu können ach der ist ja schon nach oben das ist er ok ab ins gefängnis von farun auf und davon auf und davon dann wollen wir nochmal so hallo archivar ne 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 äh ok ach komm ein laufender mörder das lassen wir hier ist auch nichts mehr ne keine kiste oder so leider nicht da kommen wir nicht raus nur über das seil rein und raus ok ok ja weiter hallo laufende mörderin wer nur mörder unterwegs ein mörder gefängnis jetzt hier weiter ein assassin ist auch eine mörderin der nicht gesehen wenn das ganz genau nehmen möchte wenn man es ganz genau nehmen möchte oh pilze äh äh ist ja kein skyrim äh ja ich habe gestern skyrim aufgenommen und mich noch ein bisschen ja ne und gleich spiele ich wieder diablo 4 ich mache noch mal zu viele spiele nicht einander kann man schon mal leicht durch einander kommen so soll man da dann müssen wir hin müssen hier noch hier hält das schneide und hat der schneider ja mann sichtlichkeiten zur feier des tages und da hin ich bin da noch und liefern ist gefängniswert ok das hier gesagt dass wir schade ist nichts anzusammeln egal was hier noch hallo hallo damit wäre diese geschichte zu ende da müssen wir hier lang hallo ja genau ihr ja genau du auch du auch du auch so wenn ich nicht lesen truhe rezept klebe den rittig und nudeln mit schweinefleisch ok heute da braucht man stimmst rettig hier ich mal so auf ins blaue hinein mehr hat die nicht drauf meine herzen mutter schlägt dazu und ging es tot drüben basrak hier schon wieder wenn ich es nicht besser wüsste würde ich sagen und da ist auch schon wieder cool ja und tschüss ja 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 ok so rucksack die kammer ist durch giftgas geschützt falls wir ärger kriegen müsst ihr euch darum kümmern mein arm ist ja verletzt und so ja ja ausreden ausreden die hatte ich ganz vergessen diese verflixten baumeister und ihre ständigen nachbesserungen was jetzt also nur damit nun mal die diesen hebel umlege gibt es kein zurück mehr macht euch ich lege den hebel um jetzt denn nur so nur ein paar ich würde die schulen gefährlich sein das ist ja nicht aber das ist eigentlich kein großes problem sein eigentlich nicht lasst bloß diese gefangene nicht an mich an was macht der da ah trolle von ober und hollen noch tausend hebel mein gott lecker ist gar nix dann raus und ein clan schlechter und und danke so wird er nicht erbrachte hilfe es wie raste rote wohl davon ein bisschen mehr hat aber wie man sieht auch nicht wirklich wenn er nicht schwer und der staat war ok er ist ja da zwischen da dann bleiben wir in bewegung ja dann bleiben wir in bewegung komm gib gas gib gummi häuptling basrak willkommen nun die daumen 3 eventuelle sollen deko wachsen roggeln das ist rippe hier geht es runter äh super das gar nix noch einmal warten so schon ein paar fallen hier ein paar rätsel aber geht doch so muss ich vermisst wenn wir bestimmte bestimmteren richtung drehen oder was das sind die blöd ja 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 welche von den vier hebeln ich in welche richtung drehen muss das erfahrt man erst in der nächsten folge von iso ist ein schön mit so 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 so